Was soll denn das sein? Ach du Scheiße. Was habt ihr aus meiner Frau gemacht, ja? Hallo, ich bin Uschi von Senioren Zocken und heute verwandle ich mich mit Peter in gruselige Dämonen. Heute verwandeln wir uns in Wallach und Annabelle aus dem Conduring-Universum. Und danach schauen wir uns die Filme bei Prime Video an. Ich möchte, möchte Wallach. Ich bin das, nein, das bin ich. Du glaubst, weil du so eine Haken da saßt. Guck mal, du hast so eine Klubschaugen wie das in Püppchen. Doch, wenn du die Augen so aufgerissen hast, hab ich das nicht. Ich werde dir mal nachts erscheinen. Nein, doch. Ich weiß nicht, was der Künstler vorhat, ja? Mal gucken. Jetzt kommt das Näschen dran. Ich hab auch abstehende Ohren, guckt euch das mal an. Da kommt ja gleich die Palücke drüber. Nur ein paar Rücke krieg ich auch. Ja, na sicher. Oh, dann hab ich endlich wieder Haare. Jetzt geht's mit dem Kleister los. Jetzt geht's mit dem Kleister los. Mensch, ich kann ja noch mit 100 gut aussehen. Man hat einfach die Falten zugekleistert. Steh ich ja drauf. Ja, die Nonne mit dem Bart wird auch ein Highlight. Ja. Peter, sind wir so bleich im Gesicht? Er hat bestimmt Rouge hier. Ich werd mal mit ihm flirten jetzt. Vielleicht bringt das was. Früher haben sie mir die Tür immer aufgehalten. Und heute krieg ich die Tür ins Kreuz. Oh Gott. Ich mach mal hier ein bisschen auf, damit mein Kleid nicht so viel aufkriegt. Nö, ne, da bin ich ganz vorsichtig. Na, das sagen sie alle. Und dann plötzlich bis dem neunten Monat. Guckst du Horrorfilme, Peter? Diese Filme, äh, guck ich wenig, also so Horrorfilme. Aber wenn's gut, wenn's gut gemacht ist, guck ich mir das auch an. Sag mal, was soll denn das sein? Naja, du bist doch die Puppe. Du bist doch die Puppe. Du weißt, was du da... Puppe, 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 was soll denn das sein? Du weißt, du hast dein Handwerk gelernt. Ja, ja. Nee. Und da zu? Zu? Zu raucht? Nee, zu. Ach, zu. Sorry. Mach mal, ja, tob dich aus. Dann weiß ich ungefähr, wie ich in fünf Jahren oder zehn Jahren aussehe. Das ist ein toller Künstler. Jetzt hab ich gekleckert. Santos. So war ich mit Peter zurück. Oh, das hat das aber gut gemacht. Was? Wo die Arme? Hier die Arme. Hier sind die Arme. Da, einmal. Ja. Wunderbar, schönen Dank, ja. Links, Peter. Links. Bin ich falsch? Ja. Ach, du Scheide. Wir schauen uns jetzt Conjuring und Annabelle an. Wir sind Krankenschwestern, wir helfen anderen Menschen. Krankenschwestern? Haben wir ihr gestattet, in die Puppe hineinzufahren? Augenblick. Was? Oh, ich komm mal ein bisschen zu dir. Das ist ja so gruselig. Oh. Oh, das ist der Geist. Oh. Was ist los mit dir? Der hat Angst, siehste, der hat Angst. Der Hund spürt das. Der spürt den Geist von Annabelle. Was kommt jetzt? Der sieht aus wie du. Oh. Oh, das ist schrecklich. Schließ ab. Was? Warum knallt denn das jetzt da? Hast du auch die Türen abgeschlossen? Nein. Zu Hause? Nein, habe ich nicht. Nein? Nein. Oh, wenn da jetzt jemand drin kommt. Das müssen wir jetzt durchhalten. Ich habe auch immer gerne ein bisschen Licht geschlafen. Das machst du ja heute noch. Ich glaube, manchmal habe ich schon die Augen zugemacht, weil es so gruselig ist. Ich gucke nur mit einem Auge. Dann ist es nicht ganz so schlimm. Das machst du nicht nochmal mit mir, sowas. Nein. Nee. Ach, du lieber Gott. Ach, das hat mir jetzt das Herz zerrissen. Fühl doch mal meinen Puls. Meinst du nicht, mein Herz ist zerrissen? Nein. Nein. Keine Schlinge. Keine Schlinge. Ich mache die Augen zu. Ich kann nicht. Das hält dann ja gar nicht mehr am Stuhl hier, der Film. Das ist wie im Krimi. Ich kriege ja selber aus. Das ist gruselig. Oh, was war denn das? Mich dazu getrieben. Sowas gruselig. Sowas wollen wir nicht sehen. Oder? Du hast doch bestimmt Freude. Was hängt die denn jetzt? Ich habe doch keine Freude dran. Ah, das ist ja... Oh, guck dir das mal an. Die ist durchgedreht. Aber ich würde da auch durchdrehen. Nein. Oh, jetzt wird die doch gefesselt. Oh, die schreit ja immer noch. Oh, ich glaube, ich muss mir die Ohren treffen. Oh, nee. Ah. Oh, Ruhe jetzt. Da ist ja Stimmung in dem Land. Ui, nee, nee. Jetzt. Nein. Oh. Oh, ich falle in die Füße. Jetzt verstecke ich mich wieder dran. Oh, versteck dich. Ich darf sie. Schöne Landschaft. So alle zufriedlich. Ja. Schöne Traus. Ja. Tolle Ferranda. Toller Vater. Schöne Kinder. Drei an der Zahl. Drei Stück. Vier, vier, fünf, fünf. Ach, das fällt da gar nicht auf. Ich glaube, das ist eine Geschichte fürs Herz. Das ist ein schönes Mädchen. Der hat schöne rote Haare. Ach, ist das wie auch heute. Schau einfach ab. Hau einfach ab. Rennen, renne, renne, renne. Rennen. Sind das Beinchen oder was waren denn das? Ja, alles schon abmontiert. Knick, knack, Ärmchen ab. Oh, weia. So ein kleiner, blondes. Ach. Wirst du? Oh. Ist das Charlotte? Bin ich das, die Nolle? Guck dir das an. So ein Luder. Guck dir das an, wie schrittene. Ja. Hey. Oh. Oh, weia. Oh, Gott. Oh, weia. Das ist ja gruselig. Ja. Es hat mega Spaß gemacht, die Con-Juring-Filme zu sehen. Die könnt ihr euch bei Brein Video anschauen. Und für euch geht es jetzt weiter mit unserer Good Ormins Challenge. Da wurden einige moralische Fragen beantwortet. Bis bald.